Wo? Ja, ich hab's ja nicht falsch genommen. Er hat hier ein Rippenstück gekriegt, das lag ja nicht. Dann sind jetzt das leckere Rippen. Das ist ja ganz schlimmer. Wie, jetzt hat er das erste gefressen, das zweite hat er ja auch geklaut? Nee, das liegt noch drauf. Bloß probiert's. Ja. Und die Kinder, die schauen ins Rohr, oder wie? Das Halt's ab damit, damit's eine Ruhr hat. Und die Kirsten, die sind woanders hin. Hm. Das ist gemein, ja? Okay. Danke. Danke. Danke schön.